Ein paar anregende Pflaumen einwerfen. Was kann sie jetzt? Winnehilt. Winnehilt. Du bist bereit für das? Oh. It's near. Automata. Win. Okay, Winnschwäche. Schon scheiße. My turn. Stop. Okay. Okay. Na? Oh! 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 Let in the hot... Oh! Okay, keine Handfläche. Ich mach Scheiße. Okay. Here you go. Let in my arrow fly in true. Ach fuck, Konterschlag. Ich hab mich aufgepasst. Logisch. Hier, die tut weh. Ach so, Konterschläge auf Magie? Nein, Tigerzorn. Ich bin fertig. Alter. Wieder. Obwohl, ich hätte jetzt Opfilia machen können. Schade. Ein bisschen gepennt jetzt. Oh Scheiße. Okay, sie konnte nicht. Okay, was ist die letzte Waffe, die fehlt? Feuerzauber könnte es sein. Ach, natürlich Zauber. Die ist nur... Manchmal schon Sachen, ne? Feuer also wahrscheinlich. Nein. Eis? Eis kann auch sein. Eis kommt auch vor. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig. Das ist nicht lustig, was die da gerade macht. Mann, ich werde eh sterben. Kann man auch mal Opfilia machen. Wer ist davon? Die, ne? Das ist, das... Wieder. Wir stehen stark. Mein Geil. Ein Mond wie was? Okay. Nicht angreifen. Das ist aber scheiße. Das ist aber scheiße. Das ist aber scheiße. So. Einmal heilen. Einmal heilen. Einmal heilen. Äh, Eis. So. Das haben wir alle. Was jetzt? Die Axt wird ja jetzt wohl Aua machen. Nein, macht sie nie. Okay, gut. Immer Magie. Okay. Mit dem Tempo. Die physische Verteidigung. Mit den Elementanangriffen. Ja, sie hat Cock gesagt. Das ist natürlich ziemlich scheiße für sie. Die. 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 Das ist natürlich. Wir drohen vorne, wir sind sehr weit. Oh lol! Wieso so viel? Jetzt kriege ich eine Runde, ja also, hier Moment, wieder beleben. Noch eine Runde, um sie stark wieder zu beleben. Ich kann sie nämlich alle heilen. Bringt über ein Miracle der Heilung. Lass meine Aero fly in true. Das ist voll scheiße, dass ich dich dabei hab. Schmerzen, sie hat meine Bedingung. Win! Was ist der logische Kurs der Aktion? Eine Tempest von Eisbärchen! Komm, wenn du das möchtest. Wir nutzen das. Gut dann. Irgendwie uncool gerade. Ein Möhn wie was? Ein interessantes Dilemma. Ich sollte etwas machen, wenn ich jetzt nicht tot bin. Vergiftet und tot, jawoll. Oh! 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 Ich will nicht... Ah! Dann Elfriks Name. Sei safe! Kannst du die Hunde beginnen. Kannst du die alle mal leben lassen? Kannst du die alle mal leben lassen? Kannst du die alle mal leben lassen? Ich hab auch keine Steine mehr. Machen wir mal. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Lass ihn meine... Lass ihn meine... Leitungen. Meine Bedingung. So. Wir müssen mal den hier machen. Ich vergesse die immer. So. Ähm... Oh shit! Lass uns das probieren. Ich werde nicht getötet werden. Äh... Lass ihn die Hunde beginnen. Lass ihn die Hunde beginnen. Lass ihn die Hunde beginnen. Zwölf, okay. Alter Falter. Das tat weh. Heuer. Anni hat sie meinen Hunde. Wiener. Wiener. Aber Hanit ist jetzt schon mal nicht gestorben. Wiener. 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 Wäre geil, wäre ganz geil. Mein Tag. Win! Ich werde nicht getötet werden. Ein Mond wie was? Mach, Konter, komm. Mach den Konter-Move. Jetzt Konter. Ah, nicht den. Komm, wenn du es daierst. Fanat, Apfel, ey. So. Jetzt können wir nämlich... Das machen. Elfric, gib uns Kraft. Mein Tag. Erstmal brechen. Die BP sammeln. Das ist wichtig. Das ist sehr schön. Mach das ruhig. Kannst du dann einen Apfel verteilen? Auf. Use ihn dieses. Wieso tust du mir das an? Here I go! There! Wieso tust du mir das an? Wie geht es dir? Was ist dann? Ich kann natürlich das hier benutzen, das ist natürlich O-P-E-S-F-C. Use this! Out of my way! Win! Ah, shit, sie braucht eine ollenfeste Löcher, ne? Oh! Lass meine Aero fliegen. Das wird uns helfen. Aua! Ich habe noch so viel zu tun. So war das ja alles nicht geplant, ne? Warte mal, ich könnte... Hier geht's! In Elfric's Name, bleib sicher! In Elfric's Name, bleib sicher! Komm in, wenn du da bist. Das lohnt sich noch nicht. Use das hier! Mach doch nicht sowas immer! Sack doch, Balls! Fesse das! Ich brauche grad nicht dazu, irgendwas zu machen, weil die nicht immer... ...aus meinem Rhythmus schmeißt, die doofe Kuh. Weil die ollen fesseln dich, mein Jesus! Was? Was? Fesse das! Halt mal neun Runden die Klappe jetzt damit. Danke. Komm in, wenn du es möchtest. Komm in, wenn du es möchtest. Use das hier! Lass meine Aero fliegen in Wahrheit. Use das hier! Danke für den Reset! Hm. Hm. Hau mal mehr Hallen raus. So. Ist dir voll gelohnt, das wieder beleben zu machen. Mit den Meerdingern hier, mit dem Boost. So, was machst du jetzt? Konter bitte? Oder normal... Oh, nicht das. Ey, das tut doch weh. Mach jetzt Konter oder so. Aber nicht Tigerzorn. Tigerzorn macht immer Aua. Wieso bist du jetzt schon wieder vergiftet? Machst mich fertig, Frau. So. So. Mein Turn. Klingt irgendwie hin, dass du zweimal machst. Nein, weil du keine Stäbe benutzt. Wir haben nur die Händlerfähigkeiten, die zweimal zau... Also einmal zaubern. Schade. Okay, das ist gut. Das ist auch okay. Kann ich einmal den machen? Gebrochen. Das ist schon mal schön. 4.000 Damage da rausholen. 3.000 Damage rausholen. 4.000 Damage rausholen. Das ist ja nix. 4.900 Damage rausholen. Und einmal heilen rausholen. 5.00 Damage. 5.00 Damage rausholen. 5.00 Damage rausholen. 5.00 Damageviel informação zu 0!00 Damage lä blows. Ich könnte das sogar noch erhöhen mit den Damage, wenn ich noch dazu komme. Moment, das war falsch. Wohl, nee. Ja, kann man so oder so sehen. Aber es war der falsche Move, ja. Ja, doch. Wir wechseln die beiden immer. Nein, das war... Moment. Ich wollte Heilkraut. Ach, jetzt ist alles durcheinander hier. Okay, ich habe keine FP mehr. Zum FP stehen brauche ich FP. Danke. Moment, ich muss die Elementarverteidigung runterschrauben, nicht die physische. Physisch grabe ich ja gerade gar nicht mehr an. Ich wollte Heilkraut. Man, der... Apfel war jetzt nicht schlimm. Use ihn this. Nicht noch mal, Sirion. Danke. Alter, wie ich keine FPS mehr habe. Vollständig. Overhealed der Shit auch? Ich bin ein bisschen gerastet, aber... Äh... Oh, ihr habt ein Problem. Hanid ist hier tatsächlich mal un... Nütz. Das ist ein Problem. Use ihn this. Was ist die logische Kraft der Aktion? So. Der Doppel-Effekt in... Ne, ich habe ja keinen Doppel-Effekt gehabt. Ich habe ja den Einfach-Effekt gemacht. Ich bin bereit. Und du bist die zauber-Effekt. Ich bin chill, die zauber-Werden. Oh, was ist das? Was ist das? Nichts zu halten. Ist nicht unnutzend, hat sie Teller, also ist ein Feind achtbarer als letzten Handeln. Better than a snare. Danke für den Tipp. Well then, hier I go! Die Fähigkeit habe ich tatsächlich nicht im Kopf gehabt. Ring über die Mirakel der Heilung. Letzten der Hunt beginnen. Das war mein Todesurteil, bei dem kann ich Helle-Eisen benutzen. Wer denn? Es ist ja egal, wann die angreifen, also es ist natürlich gut, wenn sie am Ende der Runde angreifen, aber dann habe ich halt länger Zeit, die zu brechen, Ding. Fuck, Pussy hier. Ein Mond wie ein Wunsch! Letzten meine Aero fly in true. Tryin' this. Ich kann sie brechen, indem... Ich kann jetzt zielen und kann dann trotzdem noch brechen. Okay, also kurz. Bring ihm ein Mirakel der Heilung! Was hat? Dann mit ihm brechen und dann sollte sie gar nicht anläufen, die Runde. Sooo... Sooo... Fertigkeiten-Modlich-Freizeit auch. Äh... Zack! 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 Äh... Zack! Oh! Zack! Ah! Das ist nun... Nee, Moment, wenn ich wiederbeleben ohne Boost mache, dann kommt die mit einem Dings wieder. Gift ist endlich vorbei, ey. Cyrus müsste es gleich vorbei sein. Mich f***t halt Fallout. Das ist so langsam eine... Oh, das ist so langsam eine Counterposition, nicht mal? Ich werde dich ja mit den Stäben zuschlagen, ne? Wird der schneller, als soll ich zauberen. Obst, die wird gebrochen. Nachteil ist, ich bau keine Boosts auf in der Zeit. Ich könnte natürlich... Alter. Hii. Hii. In Elfric's Läne. Bleib sicher! Lettenmeier... Ja! Das ist ja jetzt uncool, ne? Use ihn das! Ja, soviel zum Overheal. Ein GP als Overheal. Okay, das ist ein Opfer, das kann man bringen. Ich kann ihn heilen lassen, ich kann hier wiederbeleben. Kann ich nicht, ich kann heilen. Ringe über ein Miracle der Heilung. Gut, dann lasse ich Cybers wiederbeleben. Oder ich lasse ihm eine Flamme weg. So. Opfer 3, um Hanid wieder zu beleben. Mal wieder. Wir stehen stark. Dann ist sie fast voll. Oh! Ah! Das ist die mieseste Attacke, die sie drauf hat. Jetzt mal ohne Scheiß. Diese Phönixsturmkacke. Das ist der mieseste Dreck, den sie machen kann. Use ihn das! Was? Ha! Ein Tempest von Eisdrehen! Haben wir einen Windstein? Nein. Haben wir einen Schattenstein? Nein. Haben wir einen Eisstein? Danke. Try and this. My turn now. Haben wir mal HP? Äh, äh, MP hier. Scheiße. Gott. This should help. FP meine ich. Kacke. What? Let's do this! Das ist jetzt voll kacke. Die Frage ist, will ich wissen, wie viel AP sie noch hat? Gucken wir mal, haben die noch zwei Phasen, ne? Das heißt, sie wird mich gleich noch zerstören. Bring about a miracle of healing! Was? Was? WOLF. Was? Was? Oh! das in the hunt beginning So, erstmal den machen. Was ist der logische Kurs der Aktion? Eigentlich hätte ich Analyse machen müssen. Egal, mache ich nächste Runde. Opfer, eine Runde Analyse. Nee, ich analysiere nicht, dann weine ich. Mein Turn. Let's in the hunt. Oh, lass die das nicht alles hier besser. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Zielen, na, das brauchen wir nicht. Aber ich werde jetzt so lange kämpfen, bis ich halt... ...die sie halt verrecke. Ich versuche das jetzt so lange, ne? Ich werde jetzt nicht aufgeben, aber... Wenn sie mich tötet, dann ist dem so. So wie jetzt? Wenn ich's schaffe, dann schaffe ich's halt. Use this. Das ist halt die Challenge. Die Challenge, Leute, die Challenge. Was passiert eigentlich hier? Das ist, wenn ich den mal so'n Soldaten-Veteran bestelle. Ich werde nicht befeiert werden. Bringt euch ein Miracle der Heilung. Ein interessanter... Er kommt so oft, wie du BP ansetzt. Also eins bis vier Mal. Uh. Uh. Wie wusste ich? Äh. Use this. Oh, das war... Oh, shit. Energie. Nein, einem Angriff war mir klar. Sorcery. Sache. Was ist mit dem Gift, das Steffi? Warte mal. Warte mal. Der Peacock struttet. Mein Turn. Also kommt er jetzt zweimal. Klerika wird mich heilen, ne? Das ist ein 5K-Damage-Schweiner. Können sie jetzt aus dem Bruch prüfen? Das wäre eigentlich geil. Total wasted. Mit dem Elementarangriff, aber ich... Ich glaube, sie erst mal aus. Den Angriff. Das Geld hat nicht. Was ich auch habe, ist erstmal Granatapfel für... Die, äh, für Soros? Use this. Ein Granatapfel für... Sie, wir haben... Use this. Was ist, wenn ich jetzt... Das mache. Hm. Und jetzt ist es schon bei gelb. Geht doch schnell. Elefans... Nein, stopp. Das hier. Elfric. Give up strength. So. Ah, fuck. Well then. Problem ist... Anit ist nicht mehr dran, oder? Yes. Geh mal nach hin. Nein, das hat nicht mehr geklappt. Oh. Was? Was heißt das? Ich glaube, jetzt sterbe ich. Achso, er bekommt eine Pflichtrunde. Hä? Geil. Better than a snare. Ich werde mein Bestes machen. Sie greift dreimal an. Geil hoch. Bring about a miracle of healing. Mach's bock. Mach's bock. Mach's bock. An interesting dilemma. A tempest of ice shall rain. Das mag vielleicht etwas wehtun. Aber wisst ihr was? Die kommt da nicht zu. Use ihm das. Ich werde nicht verletzt. Du misst die Runde jetzt nicht. Ich bete schon mal. Mein Turnier. Mein Turnier. Der Peacock strut. Nicht der Phönix stur. Einer schon mal down. Löwenhund. Ah, das tut weh. Ah, das tut weh. Was ist der logische Kurs der Aktion? Wieder. Wir stehen stark. Was ist nächstes? Ich habe ein Problem. Und zwar das. Ich habe keine FP mehr. ! Ich habe keine FPV. Ich habe eine Kurzwege. Ich habe keinen Bangen. Ich habe einen Augenblick. Ich habe eine Ebene. Ich habe eine Bühne. Ich habe einen небogen. Ich habe eine Bühne vorgelegt. Ich habe eine Bühne. Ich habe einen Gemünen. Ich bin so tot. Oh, ob das klappt. Schade. Was? Okay, das geht. Das geht nicht. Das ist nicht gut. Das geht gar nicht. Hallo? Das ist voll der Scheiß. Ähm. Mein Tag. Sie sich wieder geboostet hat, die doofe Kuh. Lass das mal. Was mache ich jetzt? Oh. Ja. Ja. Oh. Was? Oh, oh. Oh, oh. Jetzt ist es vorbei. Oh, oh, oh. Okay.